Hallo, hier ist Lianz aus dem 4 mit einem neuen Video. Wenn ihr euch für den FC Bayern interessiert, wenn ihr generell einfach viel auf Social Media unterwegs seid und wenn ihr euch natürlich auch für die NFL interessiert, dann werdet ihr es mitbekommen haben, dass heute das erste NFL-Spiel war in Deutschland und ihr wisst es ja, viele von den Aktiven zuschauen wissen es ja, ich selber bin auch großer NFL-Fan, ihr seht es hier am Ball, Trikot, da unten wird auch mal wieder gefragt, Colts, mein Lieblingsteam, hängt da ein Schal, deswegen und weil dieses NFL-Spiel, das erste Spiel der American Football Liga aus Amerika eben in München in der Allianz Arena war, habe ich mir gedacht, komm, ich mache ein kurzes Video dazu, ich spreche ein bisschen über das Spiel am Anfang nur kurz und dann natürlich auch, wer alles da war. Es waren viele prominente Namen dabei, natürlich auch viele von unseren Bayern-Spielern, viel Aktion da, deswegen springen wir direkt in dieses Video. Die Seattle Seahawks haben gegen die Tampa Bay Buccaneers gespielt, die Buccaneers haben mit 21 zu 16 gewonnen, die Buccaneers lagen zur Halbzeit 14 zu 0 vorne, dann sah es lange danach aus, als ob er es sah, lange danach aus, als ob die Seahawks gar nichts ans Laufen bekommen, dann ging es ganz gut los in der zweiten Halbzeit, guter erster Drive und dann kam Gino Smith noch tatsächlich mit zwei Touchdowns auf 16 zu, hat er verkürzt, im Endeffekt gewinnen die Bucs es dann mit 16 zu 21, recht souverän dann doch, vor allem die erste Halbzeit hat die Bucs-Defense das wirklich sehr, sehr gut gespielt, hat Spaß gemacht, war bis zum Ende spannend, war sehr, sehr cool zu verfolgen, war definitiv, ich gucke jetzt seit, oh, zweieinhalb Jahren Football, war definitiv ein gutes Game, konnte man sich gut angucken, hat mich sehr unterhalten, es waren wirklich viele Stars da und zwar wechsle ich mal kurz hier die Szene, dass ihr das so ein bisschen seht hier, aber hier sehen wir natürlich Thomas Müller, Mats Hummels haben wir am Start, David Alaba, Marco Anatovic, Bowser, Alaba, da auch nochmal im Hintergrund und dann beim FC Bayern München, haben wir genug Stars gesehen, hier natürlich Jamal Musiala, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Thomas Müller, ach der war gar nicht da drauf, aber hier haben wir Chupo, Goateng, natürlich Leroy Sané, auch bekannter Spieler und Kings El Coman, Leroy Sané hat auch im Sommer schon bei der Sommertour vom FC Bayern München tatsächlich mit den zwei Receivern von den Kansas City Chiefs, beziehungsweise mindestens einem mit Nicole Hartmann, dem FC Bayern YouTube-Kanal ein Video aufgenommen, als sie bei den Green Bay Packers im Stadion gegen Manchester City gespielt haben, so war es, ein bisschen kompliziert die Daten, aber ich hab's drauf und dann haben wir hier halt auch noch ein kleines Video, hier sehen wir nochmal die Jungs auf dem Platz, unten Müller, Davis, Musiala, Gnabry, die Jungs unten auf dem Platz, es sah, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr anders aus, ich meine, ich gucke sehr, sehr viele Spiele vom FC Bayern München und man hat die Allianz Arena echt nicht wiedererkannt irgendwie, das war, das war echt krass, also es sah wirklich deutlich anders aus, als es sonst aus eigentlich nicht erwartet, aber wirklich sehr, sehr geiles Event, ich freue mich schon, nächstes Jahr ist auch ein Spiel in Frankfurt und die Allianz Arena wird sich sicherlich heute als, als Austragungsort für die NFL bewiesen haben, es war wirklich richtig, richtig geil, die Fans haben so eine geile Stimmung gemacht, wirklich immer Attacke gewesen, die Fans waren voll dabei, richtig, richtig cool, also wirklich Chapeau da an alle, an alle knapp, ja, 75.000 in der Allianz Arena waren, die Tickets bekommen haben, es wurden über 3 Millionen Tickets angefragt für dieses Spiel, so viel Interesse war da dran, ich hätte auch sehr gerne welche, ich hab leider auch keine bekommen, aber trotzdem bin ich da wirklich, also ich fand es sehr, sehr geil, vielleicht ist jetzt hier der eine oder andere, der vielleicht zum ersten Mal Football geguckt hat, dann schreibt mir natürlich gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, der eine oder andere wird vielleicht ein bisschen was wissen über Football, zum Beispiel Tom Brady, der Quarterback von den Tampa Bay Buccaneers, der war ja hier heute in München zu Gast, es war wirklich sehr, sehr geil, ich fand es wirklich geil, es hat Spaß gemacht zuzugucken, war ein cooles Event, ich freue mich auf die nächsten Spiele, schreibt mir eure Meinung zu Football in die Kommentare, ob das was für euch ist, vielleicht ja, vielleicht nein, lass einen Daumen nach oben, da abonniere diesen Kanal, um keine Videos zu verpassen, das war's von mir, haut rein, ciao, ciao.